Hallo YouTube, hier sind wir wieder mit einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Bad Wars mit dem Markus. Ich bringe euch Liebe. Mit dem Alpha Vogt. Und mit dem Eugenbart AP aka, wie heißt er noch gleich genau, Felix, ein Zuschauer. Ferdinand. Oh Gott, und ich wollte noch sagen, er kann igeln, aber dieses Mal hat er es leider nicht so gut geschafft wie... Oh, Dislike. Fällt direkt runter, sehr nice. Er hat sich sogar noch mal gerettet, aber dann war Ende. Achso, achso. Schlimm, diese Amateure hier immer. Ich habe ihm aber direkt neue Steine gedroppt. Ich glaube, das findet er sehr geil. Das wird er nett finden. Und jetzt seht ihr, er kann igeln, er kann igeln, er schafft es, er schafft es, er ist in Front. Gut, dann kaufe ich mir schnell das, 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 das. Zack, 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 sehr nice. Hat er es bis zur Mitte geschafft? Ja, wir sind in der Mitte. Sehr gut. Ja, aber keine Schaltung zurückzukommen, oder? Ja, ich seh die. Die kommen hin. Boah, sind das viele. Die penetrieren mich, ich sterbe. Okay. Aber es waren einfach zu viele. Ja, ich werde auch sterben, weil der eine hier ein Schwert hat. Schade. Ich hole mir jetzt einen Stick, falls die jetzt so nichts durchrushen. Ja, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Ich gehe schon mal. Ich gehe auch schon mal. Ah, sehr schön, einer hat schon einen Bogen. Ja, da Felix, glaube ich, ne? Nice. Die Frage, wie viele... Die Frage ist halt, ist es ein Einser oder ein Zweierbogen? Sehr gut, ich habe den einen, den roten mit Gold, habe ich getötet. Ich muss mich dafür zaufern, aber er kommt mit dem Gold nicht zurück. Sehr schön. Ich ärgere dich jetzt, wenn du in der Mitte noch ein bisschen durchkriegst tut. An die Front, Leute. Es gibt keinen Weg zurück aktuell. Oh, dann hole ich eben Steine. Oh, der war nice. Von Alpha Vogt. Ist das was im Team? Ja. Was war denn nice? Hier kam schon wieder einer an. Ach so. Und wollte uns kaputt raschen. Ich nehme mal die billigsten Steine und kaufe mal ein bisschen davor zu, damit nicht direkt wieder und so, ne? Komm schon, spawne Gold. Hier ist nichts. Oh, ich kriege ein kleines Kind sein Geschenke. Wie schön. So, dann... Ich komme schon wieder Besuch. Ich bin definitiv schlechter equipped als die. Äh, wo sind die Kisten? Ach, da. Ah, wieso kosten hier zwei Eisen die Kisten? Ich würde gerne zwei gute Kisten oder zwei Kisten vor das Bett stellen. Wo ist denn hier das Bett? Äh, links hier drin oder rechts hier. Ach so. Was geil wäre, hier so ne Äh, Enderküste. Na, Eisen spawn aber auch ziemlich langsam hier. Bekommen wir Besuch? Schade. Jemand von uns gestorben. Das war... Felix. Unser Bogen. Unser Bogen. Okay, ich packe das Eisen hier rein und renne nochmal nackt nach vorne. Mhm. Vielleicht kann ich die mit meinem Stab etwas irritieren. Also mit meinem... Zack, 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 zack. Mit deinem Penis, wir wissen schon. Nein, den meinte ich nicht. Ich meinte meinen langen Finger. Ah. Äh, ich nehme mal... Ich bin tot. Ich habe aber ganz viele Steine einfach random irgendwo in der Mitte platziert. Und ein Gold habe ich denen geklaut. Sehr geil. Das wird es nicht geben, Alter. Und da kommen welche. Die roten. Ich glaube, einen habe ich, aber... Einen. Das sind alle drei. Ich bin von der Seite gegengesprungen, aber habe nur einen gekriegt. Ich glaube, da war noch Felix noch mit dir. Ja, der ist auch hier vorne. Wir springen zusammen. Zusammen mit dem Tod? Wie romantisch. Ja. Wahre Liebe gibt es nur unter Männern. Wow. Ach Felix, warum hast du den nicht weggehauen? Den hätte man noch so gut wegknocken können. Oh, da kommt schon der Bogen von rechts. Wenn hier mal Gold spawnen würde, aber hier spawnt keins. Wenn bei dir. Hier spawnt welches? Ja, genau jetzt. Ich bin genau in der Sekunde... Hier, warte. Hier ist noch einer. Verdammt. Ich dachte, das war einer von uns. Eine Sekunde zu spät ist das Gold gespawnt. Dadurch habe ich nur zwei. Zwei bringen jetzt nicht so wirklich was. Da bekommt einer. Hinter uns. Der baut sich hoch. Der ist bei uns... Ah, der ist hier. Ja, aber... Mit den Händen drauf. Mit den Händen drauf. Da kommt noch einer. Wow. Klick, 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 klick. Schubst ihn runter. Schubst ihn runter. Wow. Sehr schön. Da fliegt er erstmal. Der hat uns aber ein bisschen Eisen geklaut, die Sau. Da kommt noch einer. Oder ist das von uns? Erdhaft? Ja, da ist noch einer. Boom, Alter. Ich bin weggekickt, ey. Sehr nice. Das war nicht mein Geisterschlag aller Zeiten hier, ey. Der ist geflogen, ey. Wir sind aber relativ passiv. Ja, weil wir immer angegriffen werden. Ich bräuchte mal ein bisschen Bronze irgendwie. Ich kriege ja nicht mal genug Bronze, um mir einen Stick zu kaufen. Ja, ich habe das Gefühl, auf Gommes spawns ein bisschen schneller. Aber ich finde das gar nicht so schlecht. Ich finde, das ist dann immer so ein Überangebot. Ja. So. Was zu essen sollte ich mir noch kaufen. Eugenbart, bin direkt hinter dir. Du kannst mit mir rechnen, außer ich sterbe. Oh, wir werden von oben schon beschossen. Da fliegt. Oh, da ist wieder Angriff auf uns. Wieder Angriff auf uns. Ich glaube, einen haben wir. Ne, Eugen hat alle. Oh, sehr schön. Da hat er wieder den Bogenverlust gut gemacht. Ach, das kann er ja nichts für. Das verzeihen wir ihm auch so. Klar. Er zahlt uns ja genug, damit er mit uns mitspielen darf. Und das ist der Grund, warum ihr nicht mitspielen dürft. Nein, Quatsch. Er hat natürlich damit gar nichts zu tun. Er ist jetzt zufälligerweise gerade hier. Wir haben ihm das angeboten. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Da war gerade random im Test. Da haben wir gedacht, dann spiel er einfach mal mit. Wir haben nicht gefragt, wir haben ihn gezwungen. Genau, er hatte gar keine Wahl. Die Map, ich habe das Gefühl, das sind lange Runden hier. Ach, verdammt. Ich kann halt auch nicht da rinden. Das bringt halt nichts. Die haben Bogen und Schwerter und ich habe nur einen Stick. Hm, nicht vergessen, hier gibt es Fallschirme. Okay, ich sterbe schon wieder. Ach, Mensch. Wir müssten mal mit so einer Armada nach vorne laufen. Zu dritt oder so. Boah, wir werden in die Base... Aber komm, wir bekommen Besuch. Hä? Ich weiß auch nicht, warum die... Hä? 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 Das ist nicht unser Bett. Ne, weiß schon. Sehr schön. Vor allem, warum die sich erst mal uns vornehmen. Guckt euch, wenn die sich das mal angucken würden, wie die hier reinkommen. Das ist viel schwieriger bestimmt als bei anderen. Das ist der Film von Eugenbart-LP da. Das ist halt leider magnetisch, da können wir nichts gegen machen. Ja. Ist aber sehr schlau, wenn er sich so nennt, bekommt er auch immer die ganzen positiven Bewertungen. Nein, nicht die Ladies. Aber die positiven Bewertungen bei Bildern und so. Jetzt wurde ich runtergeschossen. Und das Gold spawnt hier so langsam einfach. Bist du in der Mitte? Wir saßen geschafft. Ja. Unser Teammate ist ein bisschen blind, sonst hätten wir den jetzt auch noch getötet. Aber er war halt blind. Okay, wir haben sehr viel... Was heißt sehr viel? Wir haben ein bisschen Eisen, aber wir haben immer noch so wenig Gold. Oh, Eugen baut hier den Weg ein bisschen zu. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Okay, fuck, schade. Ja, ein bisschen schwieriger, die runterzukicken dann, ne? Vielleicht sollten wir so die letzten 10 Meter hier wieder freibauen. Dann könnten wir die da halt immer runterkicken. Das Gold spawnt hier einfach so extrem slow. Ich würde sein, Felix, ich baue hinten bei uns ein bisschen ab. Ich habe Gold, ich habe Gold, aber ich weiß nicht, ob ich nach Hause komme. Wie viel hast du? Vier, ne? Vier. Wahrscheinlich. Los, wir müssen ihm irgendwie Deckung geben. Uns als... Okay, jetzt bin ich dein Schutz... Ja, boah. Ich habe schon mal einen für dich eingesteckt. Kannst du mal sehen. Ich glaube, einen hätte ich nur überlebt. Was für ein Bro ich bin. Lest ihr den Chat? Nein. 4x4 ist immer lang, schreibt er. Ja. Wir sind zu konzentriert. Achtung, da kommt schon wieder einer. Bäm, 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 bäm. Ups. Ist er durch? Ist er durch? Er ist auf jeden Fall an mir vorbei. Oh, da kommt er, ja. Ist ja Felix, deshalb habe ich freigebaut. Und deshalb hat... Der wäre schon viel näher. Das war genial, ey. Ich sehe nichts. Ich will dich hier frei bauen. Geht weg. Jetzt könnt ihr ergreifen. Jetzt könnt ihr angreifen. Sehr schön. Bäm, 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 bäm. Die Armada, der Götter. Kommt, die digitalen Götter. Oh, 13 Eisen. Da küpfe ich mich hier komplett, damit ich gleich sterbe. Äh, ich habe Gold. Oh, da haben wir schon mal sechs. Nein. Wenn dann noch die zwei sind, die ich am Anfang deponiert habe. Nein, in der Kiste sind sechs. Ja, und ich habe zwei. Dann sind wir bei... Acht. Acht. Zweierbogen oder warten wir noch? Ich finde, da kann man sich einen Zweierbogen schon mal gönnen. Soll ich? Nee, egal, wer es macht. Nein, hat er geschrieben. Wir sollen uns keinen Zweierbogen gönnen. Okay, immer Einser. Da kommt schon wieder einer. Naja, der will doch nur unbedingt einen Bogen haben. Hat er schon gekauft. Den lasse ich nicht mehr mitspielen. Aber der hat doch sein eigenes Gold benutzt. Sehr gut. Da kommt schon wieder welche. Einen habe ich, aber nur einen. Ich finde das auch schön. Hier stirbt man nicht so lange. Haut sie runter. Oh, ich habe ein Schwert. Warum benutze ich das nicht? Sehr schön. Ich bin gut im Leute weghauen ohne irgendwas. Aber auch nur daran. Zack, zack, zack. Ich kaufe mir jetzt ein... Hä? Genau, ich wollte gerade fragen, was ist mit dem Bogen? Ja, ich kaufe mir jetzt einfach einen Zweierbogen. Warum? Weil ich es kann. Weil du ein Gangster bist. Genau, ich bin ein echter Gangster. Ich kaufe mir bei Minecraft einen Zweierbogen. Die Grünen sind schon nur noch zu dritt. Die haben anscheinend keinen Bock mehr. Also irgendwer hatte keinen Bock mehr. Ich habe was gehört. Ich muss mich noch aufräumen. Wer ist denn wo? Gelb ist... Gegenüber kann das sein. Weiß ich nicht. Außer Batman kauft sich jetzt einen Zweierbogen. Okay, ich muss wiederkommen. Schade. Also Zwei- oder Einser. Entscheidet jetzt. Ist mir egal. Ich habe noch vier. Gold wieder. Ich hätte auch noch mehr gesammelt, aber da kam eine Armada. Ja, Eugenbart-LP. Ja, die laufen wieder alle unkoordiniert. Das ist das Problem. Oh, nochmal vier Gold. Ist das von dir? Ja. Das Gold, was hier war, war alles von mir. Bis jetzt hat irgendwie noch niemand was anderes herangeschafft. Hm. Warte, ich lasse das Gold mal hier und dann stürme ich mit den Jungs. Okay. Die roten Nerven tierisch. Aber du hast noch nie was an den Mann gebracht hier, was in der Kiste lag. Den haben wir. Sehr schön, Jungs. Vor allem bringt das einfach gar nichts, was die machen. Die kriegen es einfach nicht hin, hier irgendwas zu reißen. Bei uns. Ich hasse, wenn die Wege so verwinkelt sind, ey. Wenn du mit dir in der Mitte lachst, du bist wieder sehr geil equipped, ich sehe. Was? Okay. Das ist komisch. Wann? War das ein Dings? Ah, von links. Fallschirm, hundertprozentig. Ja, das war sicher. Und ich hab's noch gesagt. Und ich hab's noch gesagt. Oh, von hinten. Ich hab nichts. Ich bleib zurück, damit wir noch irgendwie vielleicht... Hab ich. Oder nein, da ist noch einer, oder? Wo hast du runtergefallen? Keine Ahnung. Haben wir noch das Gold, oder wurde das geklaut? Wir haben 16 Gold hier. Okay, ich hab ihn. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir nur noch 10. Ja, ich... Hm. Ja. Die Frage ist, können wir noch was erreichen? Das Problem ist die... Aber wann ist die Frage? Ja, der war halt in der Luft, hat man nicht gesehen. Von links hundertprozentig. Ach, Mensch. Das Schlimmste ist, es hat nur Felix erwischt. Wird mir leid. So schlimm finde ich das jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht. Eine Spitzhacke noch. Ich glaub jetzt direkt immer, dass, wenn irgendwie möglich, das Beste war. Ist ja eh unverlässig das Leben. Eben. Ich hab nur drei Eisen, falls du's brauchst. Nö. Rüstung hab ich die Beste. Bissere Schwert vielleicht noch. Ich hab Essen. Spitzhacke. Schwert. Wir haben nur keinen Bogen, oder? Hast du einen? Ich hab einen. Was für einen? Den Einser. Ich war mir nicht sicher, ob dir noch was kaufen willst aus dem Gold, deshalb. Soll ich mir dann auch jetzt erstmal einen Einser holen und wir versuchen, irgendwas zu erreichen? Ja. Dann hab ich zumindest mal die Möglichkeit, auf Entfernung zu agieren. Gut, ähm, es sind nur noch Rot und Grün. Es sind beides nur noch drei Leute. Wir sind zu zweit. Es ist noch irgendwie möglich, aber sehr, sehr schwierig, natürlich. Ich geh jetzt in die Mitte und guck mal, wenn ich jetzt sterbe, dann sterb ich halt. Rot baut von unten hoch. Bei uns. Versteckt sich unser Batman grad da hinten, Feige? Wow. Der ist tot. Wer ist denn das da bei uns in der Base? Weiß ich nicht. Wir sind Lila. Und es sind nur noch zwei. Steht da doch. Da war einer. Es kann sein, dass ich jetzt sterbe. Bitte nicht. Ja, da ist einer. Lass mich nicht alleine. Ich höre ihn bauen, aber wo? Da, er beutelte sich in der Wand. Ernsthaft jetzt? Ja, wir haben so ein... Eigentlich könnte er mir egal sein. Ich meine, unser Bett ist hier kaputt, also. Ach, ich geh in die Mitte. Ach, du bist hier? Okay. Warte, ich geh mal von rechts, du von da, lenk ihn mal ab. Warte, ein von uns nimmt er mit in den Tod. Ich hab'n. Okay. Ich hab' neun Gold. Und wir haben... Oh, ich muss unbedingt was essen, merk' ich gerade. Guck mal, der ist auch rausgegangen, dadurch, dass wir ihn getötet haben. Da kommt er nach... Nein, kommt nicht einer zu uns. Ich hab' auch gerade gesehen, aber... Ähm, was machen wir denn? Was kaufen wir uns noch? Ich brauch' eben noch dringend Essen. Kommt einer zu uns? Ach ja, ich hab' jetzt Optifine. Hier ist ein Goldapfel. Dankeschön. Ich hab' auch noch Eisen, falls du brauchst. Nö, ich hab' das Beste eigentlich von Eisen. Schwert, so wie Dings. Ein Heilungstrank. Links baut sich wieder sehr hoch. Grün und Rot, wo sind die denn? Was ist denn in die Mitte? Hier haben wir eh nix mehr wirklich. Was wollen wir da noch? Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, der eine fliegt da schon. Ja, der fliegt da, aber... Lohnt es sich, ihn abzuknallen? Von welchem Team ist das die Frage? Wie sollen wir den treffen? Ist die Frage. Der fliegt zu uns, wieso auch immer. Alter, wir haben kein Wett mehr. Nein, der kommt über uns. Pass auf. Nämlich, dass er uns runterstoßt. Er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Bogen Spam. Der hat mich jetzt gleich. Nein, ich lebe noch. Ich lebe auch noch. Ich bin tot. Der hatte durch einen Stick... Ich wurde getötet. ...es nichts passiert. Das ist sehr komisch, dass er uns beide getötet und ich hab' ihn vier, fünfmal mit dem Bogen getroffen. Das ist ein Einserbogen. Es wurde ja gesagt, dass der Einserbogen immer benutzt wird. Dabei finde ich, der Einserbogen ist scheiße, weil der nicht genug Damage austeilt. Ja, aber ich bin mir... Ob das Ganze mit rechten Dingen... Weiß ich nicht. Ich kann ja die Leute schreiben, was sie davon halten. Ja, ich weiß auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann.